Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Marc Südow. Ich bin Steuerberater aus Hannover und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei unserem DWS Steuerberater Online GmbH die nächste Veranstaltung, nämlich aktuelles Steuerrecht für Mitarbeiter Teil 1, nehmen würden. Wir haben da sehr interessante Themen. Es gibt eine Gesetzesänderung, Ende 2016 verabschiedet, zur Verlustnutzung von Kapitalgesellschaften bei Anteilserwerben. Und wir haben auch noch ein interessantes Thema aus dem Bereich Gesetzgebung, nämlich die Aktivierungspflicht bzw. Wahlrecht bei Herstellungskosten. Und noch zwei Themen aus der Finanzverwaltung, die haushaltsnahen Dienstleistungen, ein neues BMF schreiben und noch eine neue Geschichte zu den Fotobüchern hinsichtlich des Umsatzsteuersatzes. Ich hoffe, Sie schauen rein. Ich hoffe, es macht Ihnen auch Spaß und dann bis demnächst. Danke, auf Wiedersehen.